2021 war unser Jahr. Barbara und ich, wir haben uns unseren Traum erfüllt. Wir sind Wirtsleute vom Augustiner am Platzel geworden. Hier mitten in München in bester Lage. Wir haben 450 Sitzplätze im Innenbereich auf zwei Etagen verteilt und in unserem Außenbereich auf unserer schönen Terrasse und dem Schanigarten kommen noch mal 80 Sitzplätze dazu. Wir sind ein Wirtshaus für Münchnerinnen und für Münchner. Jeder Tourist ist herzlich willkommen. Aber wir sind sehr stolz darüber, dass wir mehr Einheimische als externe Gäste haben. Wir schenken noch sehr viel Bier aus alten Holzfässern aus. Das wird bei uns noch Ohrzapf, dann klingelt die Glocke und das ist das Zeichen, dass es ein frisches Bier wieder gibt. Bier ist natürlich die eine wichtige Säule. Die andere wichtige Säule ist eine gute Wirtshausküche und da dürfen die Klassiker natürlich nicht fehlen. Das ist ein knuspriger Schweinsbraten, ein frisches Händel vom Spießgrill oder eine Resche-Schweinshaxe. Wir haben verschiedene Räumlichkeiten von 25 bis 250 Personen. Die Bierkutscherstube, das ist der Augustinersaal, das ist unsere Schäfflerstube und die Iserstube. Und in diesen Veranstaltungsräumlichkeiten führen wir verschiedene Firmenveranstaltungen wie auch Privatfeiern durch. Mit drei Worten unser Wirtshaus beschreiben. Wirtshaus mit Herz. Wirtshaus mit Herz. Wirtshaus mit Herz. Wirtshaus mit Herz. Vielen Dank.